So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich hab mir einfach mal gedacht, ähm, ich mach ein neues Let's Play halt, weil ich die alte Let's Play jetzt ziemlich scheiße finde. Und deshalb schau ich mich hier jetzt einfach mal rum, ich hab die Welt schon generiert und... Hallo! Ich bin's wieder, der LOL-Wand! Ach ja, genau, wir haben uns halt einfach gedacht, wir machen nochmal ein Let's Play together. Und die Let's Play-Aufnahmen und die Let's Play bleiben natürlich bestehen. Und das war jetzt nur eine Phase. Und wir schauen uns hier gleich mal rum. Ach du Scheiße, da ist schon wieder ein Laber, ich hasse ein Laber an der Oberfläche. Ja, wir schauen uns doch einfach mal um, oder? Ja. Ich baue gleich mal ein bisschen Erde ab. Ja, da kann man immer... Also, ich baue auch Holz ab, ne? Alter, da hinten sieht's geil aus. Ach, scheiße, jetzt bin ich grad geflogen, ich hab das immer noch so, bin ich so gewohnt, weißt du? Manchmal, wenn ich das mache... Drei Mal gekloppt! Hier drüben sieht's geil aus, Alter. Hier, wollen wir hier unser Haus reinbauen? Ja. Oder nee, lieber, wir müssen uns einfach mal nicht. Der Sand ist schon wieder so dreckig. Ja, du mal, der ist einfach dreckig. Das ist eigentlich, ich find das Welt noch ziemlich cool. Ich find die Welt irgendwie cool, wo wir weggesporn sind. Ja, das ist natürlich wieder so ewig das ganze Holz abzubauen. Ich hab schon sieben... Ich hab zwei. Gleich drei. Neu, neun Stück, wahnsinnig. Ich hab dreimal auf Holz gehabt. Ach, ganz bei dir auch? Ne, es kam bei mir nicht. Aber ich hab's dann so gemacht. Schlackes, Schlackes. Ja, Töter, Schaf. Schlackes! Ja, gut, Schafe, Schafe sind gut, da können wir schlafen gleich die erste Nacht. Obwohl, nee, wir müssen eigentlich nur über sie scheren. Aber die wollen ja jetzt nicht zweimal, gell? Wie? Die spawnen nur einmal. Wie? Wenn du sie einmal getötet hast, spawnen sie nicht nochmal. Doch, das ist es so. Ja, eben, früher war das so, dass sie... Immer... ...ofte gesporned sind, also das... Also wenn du jetzt die Schafe in der Region tötest, dann spawnen da keinem mehr. Wollen? Keine Ahnung. Aach. Du scheiß, ich wär fast nie Lava gelaufen. Ja, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Aber ich hab zum Maulgebiet. Und gleich weg davon, Alter. Oh nein, das wieder nichts. Wo gehen wir denn hin? Also ich würd sagen, wir gehen irgendwie in den Wald, weil... Ja, weil das ist immer gut. Ja, das sind ganz viele Schafe, und ich jetzt einfach killen. Ja, halt so. Das ist eines im Baum. Hallo? Hä, warum kann ich das nicht schlagen? Weiß ich auch grad nicht. Grad um ihn back. Der hat kein Schlagschlag. Ich schlag das im Baumes. Nee, das wird nicht schlagen. Nein, das wird nicht schlagen. Aber wir brauchen sechs, gell? Wir brauchen sechs, gell? Aber... Sonst kann keiner schlafen. Es bleibt doch da, du Arsch. Alter. So ein Scheiß, wo ist denn das jetzt in den Dach? Aua. Der scheiß die Wand an! Ja, genau, scheiß die Wand an. Wo ist das? Okay, ich hab jetzt eine Wolle. Ich hab zwei, eine. Ich fliege immer aus Versehen. Alter, das wär jetzt blöd, wenn... wenn das da vorhin... Alter, da vorne Baumwürst'n Baumhaus war. Wieder ein Schaf im Baumwürst'n Baumhaus. Oh, nee, Baumhaus gleich am Anfang ist ein bisschen... Schau mal da! Schau's dir an! Ja, ist eigentlich schon cool, aber... Alter, ich mein... Oder hier, das ist noch fett, Alter. Das ist doch dann irgendwie auch ein bisschen kacke gleich am Anfang im Baumhaus. Ja, das stimmt schon. Wir sollten erstmal so ein gescheites Mal aus. Also, ich hab meine Wolle, meine Wolle, meine Wolle, meine Wolle, meine Wolle, meine Wolle. Wie viel Wolle hast du? Oh, Mann, ich hab das noch nicht geschafft, die Kämpfe zu viel, wie ich brauch, da? Nein, du... Nein, jeder braucht nur drei, aber ich brauche mal aufzeigen und ich hab gleich, ich hab nur gleich drei. Wenn es sich schafft, jetzt töten wir und dann noch eins und ich treu, und das ist noch ein, läuft das schon drin. Alter, bei mir sind auch schon zwei Herzen weg. Zwei Herzen, ich schlage mich echt anstrengend. Bei mir ist nur noch, bei mir ist nur noch, bei mir ist nur noch ein halbes. Ja. Du scheiße, ich brauch was zu essen, schon. Ich baue mir die Pilze ab, gell? Stopp, schaaf. Gib mir da nur einen... Das ist jetzt scheiße, wenn der Sound wieder so dreckig ist. Aber das glaube ich nicht, denn wir reden ja laut. Ja. Und deutlich. Alter, da geht es in die Höhle. Jetzt sollen sie mich in die Höhle. Äh, jetzt krieg ich gleich wieder so Schüsse. Aha, hast du dir meine Folge auch angeschaut, wo ich so toll vom Creeper getötet wurde? Nee. Nicht. Ja, ich hab Schüsse in den Höhlen gemacht. Gettis wurde ja jetzt erneuert, dass hier schneller Äpfel rausfallen. Ja. Nein, dass da überhaupt der Äpfel rausbracht hat. Ja. Ich bin in die Höhle gefallen. Nein, das war keine Höhle. Das war dieses Teil, weil ich heute umgekehrt war. Ähm, wo bauen wir denn jetzt unser Haus? Ja. Ja, da liegen entviele Äpfel. Och, geil. Gib mir auch welche, ich frau Hunger. Ich hab zwei. Uh, 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 uh. Ich hab Hunger. Ja, nein, 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 nein. Gib mir auch einen. Ja, hier. Gut. Du hast ihn wieder eingesammelt. Ja. Ja. Wo gehen wir denn hin? Ich würd sagen, da riecht im Wald. Ja, wir sind schon ein bisschen im Wald, aber dann gehen wir da hin. Da so. Da, irgend. Da ist Kohle. Ich würd halt sagen, wir bauen die Kohle ab. Alter, ich liebe diesen Optifine Mode. Das find ich so geil. Ja, wieder mit Mode spielen. Mit Mods. Alter, ich bin voll der Cheater. Sollen wir jetzt irgendwie ganz lange aufnehmen, oder? Ja, ich glaub, wir nehmen ja lang. Obwohl, ja, wir haben sie jetzt voll. What? Fliegen is not enabled on the server, du scheiße. Ich bin geflogen mit dem Fliegemod. Mit dem Flymod. Hä, wie geht das bitte? Muss ich wieder reingehen. Ja, mit dem, da hab ich ein Flymod installiert. Ja, aber ich mein, eigentlich müssen sie nicht. Ja, ganz ja ausgeschaltet, das Fliegen. So, jetzt bin ich wieder da. Sorry, Leute, das war ne kleine Unterbrechung. Ja, eine Mod-Unterbrechung, ne? Ja, kleiner Cheater, ne? Ja, ich mein. Oh, ganz nah. Ach du Scheiße. Ähm, hast du die Kohle, baust du die Kohle schon ab? Wo, wie gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir in den Wald? Ja, gehen wir in den Wald. Gut, gleich. Ich vergleiche mal ein bisschen Sand an, aber ne, ist dort zum Schaufel. Yay. Ähm, joa. Ich baue hier ne Workbench hin, falls du... Alter, da geht's runter. Hier, Workbench. Wo? Ne, nehmen sie mit. Ja, okay, dann nicht. Ich mach zwei Spitzer. Ich hab Zuckerrohr, ich hab Zuckerrohr gefunden. Aber komm mal her. Ein vier hohes Zuckerrohr. Alter, das ist vier hoch, das Zuckerrohr. Komm mal her. Ja, ich komm gleich. Ich baue nur das Zuckerrohr. Das Clay. Dann nimm ich gleich hier. Gleich hier, was? Ja, hier gleich halt. Weißt schon. Ach so. Ein Kohle hab ich. Uhuhu. Dahin will ich. Da hin. Ich komme. Ich komme geflogen. Ich versuche es mal so zu laufen. Ach du Scheiß. Du Scheiß. Oh nein, wenn ich jetzt in die Lava gelaufen wäre, das wäre neu gewesen. Dance now. Ich sehe dich, wie du... Alter, hab ich dich geschlagen? Ja, du hast mich geschlagen. Ach so, ich bin auf mein Touchpad gekommen. So, ich mach's aus. So, jetzt ist mein Touchpad aus. So, was machen wir hier oben? Hier, deine Holzschutzsacke. Ach so. Cool. Ähm, ja, also. Wo denn jetzt? Ja. Das ist... Die Frage. Das ist die Frage, ne? Ah, nein. Da drüben sind schon wieder Schaffeln, Baumann. Ich würde sagen, da. An der Wüste, oder? Ja, die Wüste ist schon cool. Aua. Was war denn das? Ich wollte ins Wasser springen, aber bin leider daneben. Gefällt. Ja. Ich fang mal an mit dem Bauen, ne? Wo denn jetzt? Hier. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Hier, das ist gut. Aha, da ist ne Hübe. Echt jetzt? Ne, das ist dieses andere Teil, da wo wir eigentlich in unser Haus. Vielleicht. Ähm, was mach ich denn? Wie viel Holz hast du? Ich baue ein bisschen Stone ab, okay? Ja, aber wie viel Holz hast du? Holz habe ich... Zehn. Okay. Gibst du mir das mal? Warte kurz. Ich baue nur kurz ein bisschen ab, ne? Dann können wir uns auch gleich Steinpick-Session so machen. Ich komme... Oh nein, ich komme nicht hoch. Nein. Ich verbaue mich schnell, ne? Das ist eigentlich so wie Lego, gell? Ich hab kurz gedacht, das ist ein Creeper, aber das war so ein komisches Baumteil. Hier. Lego in Computer. Boote hoch 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 so mit Wasser und so. Wo? Fürs Haus oder wie? Nee, erstmal machen wir uns ein ganz normales Haus. Okay, ein ganz normales Haus. Das ist ein normales Haus. Ja, wir hatten... Wir wissen es eigentlich mal. Was machst du nur? Das habe ich doch extra eine Treppe draus gemacht. Ja, aber ich brauche die Erde. Boah, es wird Nacht langsam, gell? Ach du Scheiße. Deine Wolle. Bist mich verarschen, es wird Nacht. Ja. Dann bauen wir hier schnell alles zu machen. Das schaffen wir doch nicht. Oder wir gehen ganz bewusst, die Crafting Table. Ich weiß, ich weiß eine geile Idee, wie man auch geil schlafen kann. Wie? Wir graben uns, wir graben uns, wir graben uns, wir graben uns. Wir graben uns hier irgendwo nach unten. Nein, ich zeig dir was Besseres. Warte kurz. Aber wir haben sich so unten graben, ist doch auch cool. Boah, bei mir ist es bei dir auch so komisch. Oh, bei mir ist es so komisch. Ja, das ist in der 1.2.1. Ich habe kein Holz. Ja, warte, gib mir deine Wolle, dann mache ich. Nee, gib mir einfach, wirf drei Holz schnell raus. Bitte krieg's. Ja, ich krieg's. Aber es ist noch nicht da. Wo ist mein Holz? Warum liegt das da noch rum? So. Also, ähm, guck, das geht so, dass du... 1, 2, 3... 3... So, ich mach's jetzt da. Ich hab' ein Holz. Punkt 1, 2, 2, 3, 4, hallo! Und dann so. Hä? Das hab ich da aber nicht hingesetzt gerade, glaub ich. Okay, also, ich hab' die Bright Lids endhoch. Sollten wir die runterstellen? Nee, ich hab' sie auch hoch. Das passt okay. Ach ja, Optifine, ne? Achso, nee, ich geh jetzt... Wir gehen das erst mal pennen, okay? La, 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 la... Hihi. Aufstehen. Geil. Ähm, und da kommt man jetzt... Ich muss kurz einstecken. Grafikeinstellungen. Erweitertes OpenGL-Wolken an. Foxdarch. Ach du Scheiß. Hey, ja, du hast mich runtergeschmissen. Echt jetzt? Nein, hab ich gar nicht. Ich wär' aber fast runtergefangen. Also, wir machen das so ein bisschen Adventure-Map Spaß, dass man hier so... Nee, man wird nicht vorstet, dann ist wieder ab. Echt? Ja, das brauchen wir noch nicht, wir wollen noch jetzt unterhaus. Was war das? What? Ach du Scheiß, das war ein Creeper. Alter! Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Wo ist das jetzt? Wo bin ich gespawnt? Auch hier bin ich gespawnt. Was war das bitte? Das war ein Creeper, Mann. Ja, aber trotzdem, man... Das gibt's ja nicht. Natürlich gibt's das. Nein! Da war ein Creeper, Alter. Das ist explodiert. Man hat einfach... Ach du Scheiß, das haben wir so viele Leute gesagt, die wir eigentlich gar nicht sagen dürfen. Das ist meine Spitzacke. Ja, Spitzacke. Ähm, wo ist es denn jetzt? Mein Bett. Dein Bett hab ich. Ja, gib's mir. Warte, ich brauche noch die andere Kacke. Die müssen das ja wieder zubauen, gell? Vielen Dank.